Personen dicker oder schlanker machen Photoshop hat ein probates Mittel an Bord, um auf Fotos abgebildete Personen um ein paar Pfunde leichter oder umgekehrt schwerer zu machen. Die ideale Diät ist dies zwar nicht, aber es geht sehr rasch. Sehen Sie selbst. Zoomen Sie sich zunächst in das Bild ein. In diesem Fall soll die rechte Dame etwas an Gewicht verlieren, gleichzeitig übertragen wir das Gewicht auf die linke Person. Insofern ziehen wir mit dem Polygonlasso eine Auswahl um beide Personen von der Hüfte abwärts. Wir schließen die Auswahl mit einem Doppelklick und rufen anschließend im Bearbeiten-Menü den Befehl Transformieren auf. Ein weiteres Menü klappt auf. Hier wählen wir Verkrümmen. Photoshop blendet ein Gitter ein, das sich nun beinahe beliebig verbiegen lässt. Fassen Sie es irgendwo mit der Maus bei gedrückter Maustaste an und ziehen Sie es in eine beliebige Richtung. Nachdem die rechte Dame schlanker werden soll, eben von links nach rechts, beziehungsweise von rechts außen nach innen. Nicht nur das Gitter folgt der Mausbewegung, auch die dahinterliegenden Bildteile werden verkrümmt. Dabei entstehen weiße Ränder. Achten Sie darauf, dass nicht die Körper der beiden Damen durch weiße Teile getrennt werden. Diese sollten nur rechts und links entstehen. Wenn die neuen Körperformen Ihren Vorstellungen entsprechen, drücken Sie einfach die Eingabetaste und mit STRG plus D heben Sie auch die Auswahl auf. So, nun ist Feinarbeit angesagt. Zoomen Sie sich in den Bereichen der weißen Stellen ein und füllen Sie diese wieder mit den passenden Bildinhalten. Am besten verwenden Sie das Kopierstempelwerkzeug. Wählen Sie die passende Stempelgröße und nehmen Sie durch Drücken der Taste Alt eine passende Struktur für die weißen Flächen auf. Zum Beispiel aus der umliegenden Wiese. Dann füllen Sie sie durch Ziehen mit der Maus. Bei der Korrektur des Trachtenkleids der linken Dame ist noch etwas mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Am besten ziehen Sie eine Auswahl um die Teile, die Sie korrigieren möchten, damit Sie nicht versehentlich auch die weiße Schürze mit der schwarzen Struktur des Kleides übermalen. Wenn die Auswahl passt, verwenden Sie wiederum den Kopierstempel, verringern den Hauptdurchmesser auf die passende Größe, nehmen bei gedrückter Alt-Taste eine brauchbare Struktur des Kleids auf und korrigieren es darauf hin. So, noch schnell die letzten weißen Flächen schließen, dann zoomen wir uns aus und betrachten das Ergebnis. Gar nicht so schlecht. Jedenfalls ist die linke Dame nun deutlich schmäler und die rechte etwas rundlicher, wie der Vorher-Nachher-Vergleich erkennen lässt.